Heute laden wir Sie ein, mallorquinischen Käse und mallorquinische Wurst zu probieren. Fangen wir im Süden der Insel in der Käserei Formatsche Sattalaya in der Nähe von Jogmajor an. Hier bemüht man sich, die gleiche kunsthandwerkliche Herstellung von Schafs- und Ziegenkäse beizubehalten, wie sie erstmals im Jahr 1407 urkundlich erwähnt wurde. Sie können die Produkte bei einem Besuch am Wochenende um 10 Uhr oder um 12 Uhr testen. Die Käserei liegt ungefähr 8 Kilometer hinter Jogmajor Richtung Sestagnol. Noch weiter im Süden, in der Nähe von Campos, liefern die 60 schwarzbunten Friesenkühe der Familie Buergueras mit 1000 Litern Milch pro Tag einen erstklassigen Rundstoff für delikaten Käse. 80 Kilo werden hier jeden Tag produziert. Doch auch den frischen Rahmquark sollten sie sich nicht entgehen lassen. Der Hof von Maces Can Borgüera liegt auf der Landstraße Campos Colonia Sant Jordi, ca. 7 Kilometer hinter Campos. Probiert werden darf samstags zwischen 9 und 13 Uhr und 15 und 18 Uhr. Und sonntags zwischen 15 und 18 Uhr. Die berühmte mallorquinische Paprikawurst, die Sobrassada, ist in der Nähe von 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 der Nähe. Sie ist normalerweise von weißen Schweinen. Sobrassada von schwarzen Schweinen gilt als besondere Delikatesse. Ganz besonders gut schmeckt diese bei Can Mancha in Fellanić in der Calle Paraoli 13, nur am Samstag, den 15. März von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Musik 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 Ebenfalls bei Philanit finden Sie die Firma Ramaders Agropaths ungefähr einen Kilometer. in Richtung Poreres. Musik Spezialisiert auf frisches Fleisch und Embutidos, Wurstwaren, wird aber auch Käse angeboten. Das heißt, Sie sollten nicht nur die Sobrassada, sondern auch einen Käse, vielleicht den mallorquinischen Can Roche probieren. Jeweils am Samstag oder Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr haben Sie dazu Gelegenheit. Musik In Soyer können Sie bei Embutidos La Luna die ganze reichhaltige Aufschnittspalette Mallorcas probieren. Besonders zu empfehlen sind hier neben der Sobrassada die zarten Patés, aber auch die kleine Blutwurst, die Butifaron, oder die dunkle Camajot-Wurst aus magerem Fleisch und vielen Gewürzen. Musik Und offen zwischen 10 und 13 Uhr. Musik In Ata bei Can Balaguer gibt es ein reichhaltiges Angebot an Sobrassada vom weißen als auch vom schwarzen Schwein. Die Fleischerei ist in der Calle Gran Via de la Constitución 55 und hat ebenfalls zwischen 10 und 13 Uhr geöffnet. Jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Appetit und viel Spaß beim Probieren. Musik Musik In Ata bei Can Bede In Ata bei Can Bede